Kata Beach liegt im Südwesten der thailändischen Insel Phuket. Zwei Kilometer weißer Sand locken vor allem im Winter, hier also zur warm-trockenen Jahreszeit, Touristen in Massen aus aller Welt an. Doch Corona hält die Sonnenanbieter nun fern von der Perle der Andamannensee. Eine Stimmung wie im Tiefschlaf. 85 Prozent der Wirtschaft Phukets lebt vom Tourismus. Doch wegen der Pandemie hat Thailand seine Grenzen geschlossen. Selbst die mutigsten Phuket-Fans aus dem Ausland müssen erstmal in strikte Quarantäne. Das Paradies schottet sich ab. Der Reiseveranstalter Thirikost lebt seit 24 Jahren in Phuket. Wie die Einheimischen wartet der Auslandsfranzose auf seiner Trauminsel, abgeschottet von aller Welt, auf bessere Tage. . . Die Tabanien haben sich in den Häusern gelegt. Die Tarte ist sehr gut. Die Tarte hat sich in den Häusern gelegt. Die Tarte hat sich in den Häusern gelegt. Die Tabanien hat sich in den Häusern gelegt. In Katabic, seit langem einer der beliebtesten Strände bei den Urlaubern, haben alle Hotels geschlossen. Allen voran der Club Med, schon seit März 2020, zu Beginn der Pandemie. Das Schwergewicht des globalen Tourismus war Thiris Hauptarbeitgeber. Die Pandemie zwang natürlich auch Thiris, ein Unternehmen, Siam Evasion zu schließen. In der Zeit davor kamen Jahr für Jahr 14 Millionen Urlauber nach Phuket und ließen an die 10 Milliarden Euro dar. Das Schwergewicht des globalen Tourismus war. Das Schwergewicht des globalen Tourismus war. Das Schwergewicht der Pandemie war. Das Schwergewicht des déserts ist heute. Ich glaube, es gab 6.000 Hôtels in Phuket-Dong. Plus de la moitié sind in Phuket-Dong. Und auf einmal alles vorbei. Die einst so belebten Straßen von Patong, verwaist, wie in einer Geisterstadt. Denn um das Virus wieder aus dem Land zu drängen, lösten die Behörden die Party auf und schotteten das Land mit drastischen Hygienemaßnahmen ab. Bei ihrer Ankunft müssen Ausländer 14 Tage lang unter Polizeiaufsicht, in beschlagnahmten Hotels in Isolation und mehrfach PCR getestet werden. Die Thai müssen in ihren Vierteln bleiben oder in ihrer Region, sobald dort Infizierte gemeldet werden. Masken sind hier Vorschrift. Verweigerern drohen Bußgelder in Höhe eines Monatsgehalts. Strafen jedoch sind selten nötig. Seit ein Tsunami sie 2004 schwer getroffen hat, sind die Thai an Krisenmanagement gewöhnt. Ihnen ist klar geworden, besser man fügt sich, kooperiert und übt sich in Geduld. Anstatt der Touristen von Patong bevölkern heute weniger fröhliche Menschenmengen die Straßen. Thai, die um ihre tägliche Essensration anstehen. Kunpati ist Hotelmanager. Auch er nimmt keine Touristen mehr auf. Doch mit einem Teil seines Küchenteams hilft er mit, Lebensmittel zu verteilen. Untertitelung im Auftrag des Wachstums. Die Regierung des Königreichs Thailand hingegen ist um ihre Mitbürger nicht ganz so bemüht. Die wenigen Glücklichen mit einer Sozialversicherung erhielten im ersten Lockdown zwei Monate lang ein Überbrückungsgeld von 130 Euro und danach nichts mehr. Pangar, gut 100 Kilometer vom Tourismus-Hotspot der Insel entfernt, lebte vom Kommen und Gehen der Massen in Flipflops und Tanktops, die für ein paar Stunden raus wollten, aufs Meer. Vichan besass eine Flotte mit sechs Autos. Auch sie blieben stehen, mangels Kunden. Unter der Last der Schulden musste Vichan sie verkaufen. Heute ist Pangar wie ein riesiger Friedhof für Holzkähne. Und jeder hier sucht einen neuen Lebensrhythmus. Vichan stammt aus dieser waldreichen Provinz des Kontinents. Heute erntet er Kautschuk auf der Plantage seiner Familie. Untertitel des Korps Es geht die Freude. Die Freude und die Freude ist nicht. Aber wir schauen uns die Begrüßung, dass die Begrüßung der Begrüßung, sondern wir lernen müssen. Wir haben eine gute Möglichkeit, dass wir die Begrüßung noch ein Führung für die Begrüßung haben. In den Augen seiner Leidensgenossen ist Vichan privilegiert. Er kann sich noch jeden Tag im kleinen Restaurant seiner Schwester satt essen. Den wirtschaftlichen Stillstand, der sein Land lähmt, sieht er mit trauriger Nüchternheit. Für die Thai verhießen die Jobs in Phuket im Kontakt mit Touristen aus aller Welt ein besseres Leben. Um sich das Virus fernzuhalten, musste man alle auf Abstand halten, die es übertragen konnten. Keine Gäste mehr, kein Geld. Für die Bevölkerung eine harte Prüfung. Doch harte Prüfungen kennt man in Phuket. Und so planen viele, statt im Selbstmitleid zu baden, für das Leben danach. Nahe der Talong Road geben sich auch Sel und seine Frau optimistisch. Sel spricht Englisch und etwas Französisch, wodurch er im Land des Massentourismus gutes Geld verdiente. Früher, als er noch Fremdenführer war. Seit die Grenzen dicht sind, arbeitet er in der Küche und hilft seiner Frau beim Verpacken der Guichai, einer Spezialität von Phuket. Um, sie kann sich verkaufeln, um sich selbst und für die Gäste im an, um sich hierher verhasset, wer es wird innerhalb der Folge. Um, wenn sie die Kinder tätowieren. Er hat sie sich selbst an, um sie in ihrem Rechen. Um sich zum Teil aus, um sie zu haben. Sie können sie die und tun wenigstens. Um sie dir in den Gäste dieigstunden und nochmal zu beenden. Und um sie ein bisschen beorten, um sie zu bedienen. Vielen Dank. Seng hat einen Lastenseitenwagen angeschlossen für seine Ravioli und fährt damit auf die Märkte von Phuket. Unterhalb von Big Buddha, im Händlerviertel Chalong, sind sie ohne Touristen wieder alle unter sich. Im Land des Lächelns diskutiert die Seng. Die Seng redet man nicht lange über Beschlüsse der Regierung, auch nicht über drastische. Lieber üben sie sich in Optimismus und der Kunst, sich selbst zu behelfen. Unterhalb von Big Buddha, im Händlerviertel Chalong, Und die Rechnung geht auf. Das Königreich Thailand kann auf seine unglaubliche Corona-Bilanz stolz sein. Nur 25.000 Infektionen in einem Jahr und 80 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Ein knappes Dutzend davon in Phuket. Zur Unterstützung der Straßenverkäufer und der einheimischen Verbraucher hat die thailändische Regierung eine Payback-Aktion für Einkäufe ins Leben gerufen. Auf Anregung dieser Kleinhändler, die diese Aktion stolz bewerben. Die Seng. 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 Im Viertel Tantong in Phuket Town übernimmt Keis Frau Sadia den Verkauf der Fische. Alles läuft über die sozialen Netzwerke. Die Seng. 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 Schon bald klingelt das Telefon. In einer knappen Stunde haben Kay und Sadia ihren Fang verkauft und 16 Euro verdient. Lieferung inklusive. Auf Phuket ist das Meer eine Einnahmequelle für Arm und Reich. Kim, den Besitzer eines Luxusrestaurants in Phuket Town, hat die Pandemie ebenfalls schwer getroffen. Es kommen weniger Gäste, aber darüber freuen sich nur die Krustentiere, die er auf seiner Speisekarte anbietet. Ein, zwei, vier. Das ist für ein Kilo. Kim Tee Rassak ist der Sprössling einer reichen thailändischen Familie. Seine Großeltern haben mit Zinn ein Vermögen verdient, später dann im Seehandel. Der jüngste von sechs Geschwistern versucht sich in der Luxusgastronomie. Im Nobelfiertel Phuket Town ist das Tukop Kao eine bekannte Adresse betuchter Einheimischer und Touristen. Gäste, reiche Thai aus dem Ausland oder aus Bangkok, hat Kim nicht mehr so viele. Und so betreut er die seltenen Gäste umso intensiver. Servet, Todos. The whole roster 299, only. Okay, only for this month. For the lovely month. Seit drei Jahren hat Kims Restaurant einen Michelin-Stern. Und doch bekommt er den Saal kaum voll. Aber wenn ich diese Restaurant öffne, das bedeutet, dass viele Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, die haben die Geld verloren. Das bedeutet, dass ich diese Restaurant öffne, und ich versuche, einen Punkt zu bekommen, um die Leute zurückzukommen und zu spenden ein paar Geld zu essen. Wenn Sie mich fragen, was ich über COVID-19 gelernt habe, denke ich, dass wir viel gelernt haben, glaube ich. Ich denke, die lokalen Leute, wie ich auch, oder die Leute, die ich weiß, für ein Business in Phuket, wissen wir jetzt. Wir können nicht, wie ich sage, wir können nicht nur ein Business konzentrieren. Seit Corona hat Phuket mit dem Massentourismus abgeschlossen, und jeder erfindet sich neu. Wie manche Restaurants verwöhnen die exklusivsten Luxushotels ihre wohlhabende Kundschaft, um nicht schließen zu müssen. Das bekannteste im Süden der Insel, das Fünf-Sterne-Resort Shrepanwa, hat die perfekte Marktglück entdeckt. Quarantäneaufenthalte zu 1500 Euro pro Nacht. Für alle, die es sich leisten können, im Privatjet auf der Thai-Insel anzureisen. Ein eher düsteres Szenario. Vielleicht wird das die Zukunft sein auf Phuket. Ein exklusives Reiseziel für die Superreichen dieser Welt. Fünf-Sterne-Resort Shrepanw